Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Hamtaro, die Rettung des Ringwuchs, ja, wir haben im letzten Part hier das Minispiel geschafft und sind jetzt auf der Suche nach Kashmina, weil ich hab gerade so ein bisschen die Orientierung gebraucht. Genau, halt, wir müssen hier weiterkommen, genau. Reagenzglas hüpfen. Okay, ich hab jetzt nicht die Anleitung angeschaut, da war ein bisschen hoch. Ah, okay, nochmal. Es ruckelt, das find ich gar nicht schön. Steuerung. Aha, los zu springen, halten und loslassen. Springen über die Reagenzgläser auf die andere Seite mit links oder rechts, kriegst du die Gläser zum Schaukeln, drücke etwas länger um hoch zu springen. Okay, neu beginnen. Da war das Reagenzglas nicht, schade. Naja, probieren wir nochmal, wir sind jetzt ein bisschen weitergekommen. Ach, ich muss das Timing abwarten. Okay, nochmal. Neu beginnen. Und es ruckelt. Ach, Omidy, du. Ja, jetzt chill mal. So, ach. Ich hätte es länger halten müssen. Okay, nochmal. Hm. Ja, wo ist jetzt? Ah? Da. Ha. Okay. Uh. Nein. Ach. Das wollte ich doch gar nicht. Oh, nochmal. Hm, ich hätte länger halten müssen. Ja, ist ja gut. Mann, dass man kein Leben hat, das ist unglaublich. Okay, und? Äh, ich hab doch lang gedrückt. Oh, Mann. Ich hab doch... Oh, Mann! Aber wir müssen hier weiter, das ist halt das Problem. Und jetzt. Und? Okay, und? Jetzt, und? Ha, geschafft! Geht doch! Und jetzt könnt die Duo hier wunderschön den Hahn mal abdrehen. Ja, wir haben einen neuen Sticker. Und wir haben 80 Punkte jetzt insgesamt. Uiui! Wunderbar, jetzt können wir hier jederzeit weiterkommen und jederzeit wieder zurück, ohne dieses blöde Minispiel zu spielen. Ja, wir haben jetzt 15 Blumenkerne erhalten. Aha! Aha, ich steck noch mitten in meinem Experiment und deshalb finde ich es nett, wenn ihr noch nicht guckt. Okay, gehen wir wieder weg. Hm, da ist Pashmina! Oh, boah, 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 boah! Danke, dass ihr die Zoom gefunden habt. Jetzt werde ich euch helfen, nicht wahr, Dido? Oh, boah! Hihi, hihi, hihi. Pashmina schließt sich an. Wenn ich mich recht erinnere, dann befindet sich das Gliedblatt dort drüben. Dann lasst uns in diese Richtung gehen. Oh, wo ist der, der hier immer malt? Seine Bilder sind ein wenig abstrakt, aber sehr hübsch. Schauen wir bei uns erst mal, was wir hier noch so finden können. Es ist dunkel hier drin. Holt mich hier raus! Ich höre eine Schimme, sie kommt von da drüben. Aber es ist niemand zu sehen, sehr seltsam. Da ist auf jeden Fall Schmutz. So. Ähm. Wow! Ham, ham, ha, ha! Ham, ha! Endlich frei. Ich danke euch. Alles, was ich im Dunkeln sehen konnte, war ein dünner Lichtstrahl. Hm? Wie? Aha! Hier kommt es! Ich muss fertig werden, bevor es verschwindet. Ich liebe euch alle, ich liebe euch alle, bis bald! Komischer Hamster. Schnell hinterher. Hallo hierher, ich bin so aufgeregt. Was haltet ihr hier von? Das ist mein Meisterschick. Guckt es euch einmal an. Okay, schauen wir mal, was wir hier sehen. Ja, wir haben Tau. Okay, erst mal die Steuerung. Okay, mit Steuerkreuz auswählen und A bestätigen. Select the noise. Präge dir das erste Bild gut ein, dann überprüfe das zweite Bild auf drei Fehler. Tipp so dreimal daneben, hast du verloren. Select the noise. Kürzere Zeit mehr Punkte, fehlerlos mehr Punkte. Okay. Ist doch ganz einfach. So, das erste Bild. Mhm. Was ist das? Ah, jetzt erkenne ich es. Da ist. Genau. Genau, hier. Hier. Ähm, und da. Genau. Ha. Ich bin gut. Haha, ich bin super. Fehlerfrei und in kurzer Zeit. Und ja, es ist blind. Nicht, dass ihr denkt. So, bin ich froh, dass es das funktioniert hat. Ihr nehmt das. Du hast das Bild munknuss und Chili erhalten. Ah, wie süß. Munknuss und Chili. So, dann müssen wir hier entlang. Aha, ich stecke noch mitten im Experiment. Hm, nicht, dass ich Angst nicht daran gearbeitet hätte. Ich habe die Farben aufgereiht. Also sollte es in Ordnung sein. Wunderbare Regenbogen. Müssen wir das schon wieder spielen. Okay. So, das wollte ich immer mal machen. Ich gebe mir mein Bestes. Okay, wir kennen ja das Spiel schon. Ähm. Oh, nein. Wie schade... Nochmal. Ich habe jetzt gar nicht verstanden, wie ich das machen muss. Also steuere. Das ist sowieso anders. Zum Glas. Zurück. Stipps. Okay. Ordnen die Farben in den Reagenzen so an, dass sie mit der Reihenfolge der Regenbogenfarbe übereinstimmen. Blendet eine Kapsel in einem Glas, bildet die Farbe um. Beginnen wir mal hier. So. Nehmen wir jetzt so das Tiefen hoch. Gut. So. Dann müsste es hier rüber. Okay. Die wollte ich jetzt sowieso. Dann kommen noch eine. Okay. Ha. Die wollte ich jetzt sowieso. Jetzt haben wir es geschafft. Tja. Hier. Hier geht doch. Und wir haben einen neuen Sticker bekommen. 47 Punkte. Sehr schön. Da ist es. Oh, da ist es. Ja. Das ist das Kleeblatt. Ja. Danach. Danach haben wir alle gesucht, oder? Oh boy. Hört mal her. Das ist eine Senfpflanze. Hahaha. Senfpflanze? 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 Oh boy. Haha. Verstehe ich nicht. Ähm. Einfach ausgedrückt. Das ist kein Kleeblatt. Äh Klee. Was? Du enttäuschend. Nicht Wadidu? Oh boy. Wir haben keine Zeit herumzusitzen und Trübsal zu blasen. Wir müssen weitersuchen. Aha. Es muss hier irgendwo auf dem Schulgelände sein. Da können wir nicht weiter. Gut. Aha. Hamha. Hamha. Warum schaust du so traurig? Wir haben eine Senfpflanze für ein vierblättriges Kleeblatt gehalten. Ihr habt auch nach einem vierblättrigen Kleeblatt gesucht. Ein Hamha mit Schirm kam hier gerade vorbei. Der hat auch eins gesucht. Das ist bestimmt ein Rebo. Wohin ist er gegangen? Das weiß ich nicht. Der Hamster ist im Direktorenzimmer und hat Kleeblätter erwähnt. Habt ihn nach dem... Äh blablabla. Ja. Voll lesen. Aber was soll's. Habt ihn nach dem Kleeblatt wenn ihr wollt. Okay. Auf zum Direktorenzimmer. Du 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 du. Uh. Sonnenblumenkerne. 22 Stück. So, was weinst du denn, hey, woher, was ist los, und das passiert hier, guck. Nochmal, was ist los, wenn das passiert, hier, guck. Du hast einen Sticker bekommen. Ja. Und wir haben den Kleinen hier aufgeheitert. Ah, jetzt will ich mich besser. Und was willst du hier? Komm her. Hallo. Zusammen. Ich bin Dr. Nussi. Ich freue mich davon, einen herausragenden Aussatz über Erdnüsse zu schreiben. Wo ich möchte Tests an allen Erdnüssen dieses Planeten durchführen. Äh, okay. Kommen wir hier weiter? Nein? Okay. Hm. So, da müssen wir hier weiter. Und hier, wenn mich nicht alles täuscht. Wunderbar, bock, gibt es lustig, dann bla bla bla. Oh, das Skelett ist gruselig. Darum meinst du also. Keine Bange, das Skelett ist nicht echt. Darum ist es auch überhaupt nicht gruselig. Oh, die Pashmina ist toll. Oh, und wir haben wieder 20 Punkte bekommen. Nee, jetzt habe ich davor keine Angst mehr. So, jetzt müssen wir hier rüber. Drücke aufs Glas. Wahrscheinlich würde die du. Nein? Dann die Pashmina. Okay. Aha, ja, ich strenge mich an. Steuerung erstmal. Drücke nach rechts springen, nach links springen, hoch springen. Okay. Ich springe über die Gläser auf die andere Seite, wenn sie nah genug sind. Bleibst du zu lange auf einem Glas stehen, gehst du unter. Sammle die Bonbons, dein mehr Bonbons, mehr Punkte. Okay, beginnen. So, das ist ja recht einfach. Mist. Da war mein Timing schlecht. Naja, ich sag nie wieder, dass es einfach ist, weil dann geh ich schon wieder unter. Okay, mal beginnen. Ach, Mist. Das war ein bisschen schlechtes Timing. Nochmal. Neu beginnen. Moment, ich will jetzt das Bonbon hier. Mist, ist so ein bisschen zu früh. Na ja, schaffen wir schon noch. Okay, jetzt warten wir einfach kurz ab. So, das Bonbon haben wir jetzt auch. Und das hier. Und das hier. Und... Ah! Die springt halt nicht gleich, wenn ich das tippe. Das ist ja das Neue. Okay. Okay, warten. Ja, geschafft! Du hast ja da recht. Ich habe ja auch zu viel Zeit. Das ist ja auch komplett Komplett. Aber das macht jetzt nichts. Wir haben trotzdem einen neuen Sticker. Und hier. Hier muss ich den Haaren zudrehen nicht wahr? Ah, da unten ist auch ein Bild oder ein Sticker, was auch immer. Ja. Oha! Toller Sticker. So, und das finden wir hier jetzt noch. Nichts. Nur Sonnenblumenkerne, ein Sticker. Okay, das war es aber wert, finde ich. So, und jetzt hier runter. So, wir müssen die Maus aufwecken. Abwachen! Wir haben die Maus aufgeweckt. Geschafft! So. Und jetzt, bevor ich aber diesen Schwarm hier nehme, machen wir einen kleinen Schnitt. Und wir sehen uns im nächsten Part, wenn es wieder ist. Let's play Hamtaro, die Rettung des Regenbogens. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.